Willkommen in Magdeburg, der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt. Eine Stadt für alle, ein Zeichen für ein weltoffenes, tolerantes Magdeburg. Ein spannender Ort, der mitten in der Landeshauptstadt ist, einen wunderschönen Blick über die Elbe erlaubt, mit Blick auf den Dom. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen ist der wichtigste Ort für internationale zeitgenössische Kunst und Skulptur in Sachsen-Anhalt. Und eines der beliebtesten Touristenziele des Landes. Der Magdeburger Dom ist der erste gotisch konzipierte Bau einer Kathedrale auf deutschem Boden. Einer der größten Kirchenbauten Deutschlands überhaupt und die bekannteste Sehenswürdigkeit der Landeshauptstadt Magdeburger. Magdeburger Dom ist Predigkirche der Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Evangelische Pfarrkirche und zugleich das Wahrzeichen der Stadt. Evangelische Pfarrkirche und verschiedene Pfarrkirche. Ich bin den Gang runter gegangen und am Ende war eine kleine Treppe. Die bin ich dann runter gegangen und habe mir das Gewölbe und das Mauerwerk angeschoben von der Kirche. Ich bin den Gang runter gegangen und habe mir das Gewölbe und das Mauerwerk angeschoben. Ich bin den Gang runter gegangen und habe mir das Gewölbe und das Mauerwerk angeschoben. Ich bin den Gang runter gegangen und habe mir das Gewölbe und das Mauerwerk angeschoben. Ich bin den Gang runter gegangen und habe mir das Gewölbe und das Mauerwerk angeschoben. Hier sehen wir rosa farbenes Hundertwasserhaus mit Geschäften und Lokalen sowie Wildblumen und goldenen Kugeln auf dem Dach. Grüne Zitadelle von Magdeburg ist eine Oase für Menschlichkeit und für die Natur in einem Meer von rationellen Häusern inmitten der Betonwüste Magdeburg. Hier sehen wir rosa farbenes Hundertwasser. Hier sehen wir rosa farbenes Hundertwasser. Gegen das Hundertwasser. Hier sehen wir rosa farbenes 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 Hundertwasser. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018